Ah, das bisher schwierigste Video für mich hier. Hey Leute, einige von euch kennen mich bereits schon von vergangenen Videos, andere steigen eventuell hier erst neu ein. An diese Leute erstmal ein liebes herzliches Willkommen. Ich nenne mich hier auf YouTube Arkham und wie man sieht bin ich ein ganz schön dickes Bienchen. Ich möchte einen neuen Anlauf starten, mich zu verändern. Möchte lernen besser mit meinem Körper umzugehen und mein Gewicht stark reduzieren. Die Leute, die mich schon länger kennen, wissen, dass dies nicht zum ersten Mal so ist. Ich habe bereits auf YouTube mein Bestes versucht und habe da schon recht tolle Erfolge erzielen können. Bis ich mich irgendwie verrannt habe und weder beim Abnehmen noch beim Videos machen so wirklich vorankam. Ich habe mich jetzt einige Zeit lang davon distanziert, habe mein Leben wieder ganz normal gelebt und hiermit aber definitiv wieder einen neuen Standpunkt gefunden. Ich will wieder ein bisschen was reißen. Ich möchte mich aber auch nochmal kurz an dieser Stelle für eure Nachrichten in der Zeit von YouTube, aber auch weit darüber hinaus bedanken. Auch lange nach meinem letzten Video erreichten mich immer mal wieder welche. Vielen Dank dafür. Doch nun lasst uns anfangen. Ich erkläre euch kurz, wie das ganze Projekt jetzt anfangen wird. Hallo Leute und hey, dieses Video stellt also praktisch wieder den Anfang dar. Es wird jetzt alle zwei Wochen einen neuen Abnehm-Vlog geben mit Wegen, mit meinen ganzen Erfahrungen und den Aktivitäten, die ich gemacht habe, mit allem drum und dran. Diese Videos werden absolut safe kommen. Das ist meine absolute Priorität. Zeitmanagement ist ein absolut schwieriges Thema für mich und das haben die letzten Abnehm-Vlogs damals gezeigt. Aber regelmäßige Videos sind einfach der Schlüssel für gut verständliche und übersichtliche Videos. Wenn ich das also auch so machen will, muss ich es auch wirklich so ernst nehmen. Also alle zwei Wochen einen neuen Abnehm-Vlog. Absolut safe. Der erste Abnehm-Vlog erscheint auch schon nächsten Sonntag. Also in sieben Tagen. Denn ich habe schon offiziell letzte Woche begonnen. Habe das Video also jetzt so gelegt, damit ihr nicht mehr allzu lange auf den neuen Abnehm-Vlog warten müsst. Und es wird auch immer, wenn es Notfälle gibt oder wenn ich irgendein Thema aufgreifen will, immer mal wieder extra Videos geben. Aber diese wird es dann komplett unregelmäßig und je nach Zeit dann geben. Wie ihr schon gesehen habt, mein aktuelles Gewicht liegt bei 180,1 Kilogramm. Das Gewicht kriecht bei mir einfach immer weiter nach oben, solange ich mich nicht darauf konzentriere und bewusst esse, beziehungsweise ich mein Gewicht einfach nicht im Auge behalte. Ich muss mich also jetzt wieder ganz schön reinhängen. Ich weiß, das ist jetzt super viel versprochen. Aber bitte gebt mir noch einmal diese Chance. Ich werde sie nutzen. Leute, das war es auch erstmal für dieses Video. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und ciao. Bis zum nächsten Mal.